Spielerbild freigeschaltet. Juchu! Einspiel... ...wie geschaltet... ...lalalalalala... ...kannst mich nicht ärgern. Haha. So so! Spiel starten! Das ist Pac-Man! Mit Herzchen! Ich weiß auch, das ist ein Herzchen, glaube ich, bei dem ist Pac-Man. Einstiegler! Mama! Nein, das, den ich kenne, dann ist das... ...das ist das Problem. Oh, Manno! Ich hab' nicht gekriegt. Geh' mal bitte an den Schreibtisch! Da gehst du bitte mal! ... Manno! Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ihr seid alle zu blöd, ihr kriegt mich nicht. Aber ich krieg euch. Ja, das geht auch. Wer und anderes? Ja, eine Stunde. Ach so, Wäsche? Also. Juhu! Level 1 geschafft! Yes! Oh Mann, doofe Geister. Game over. Aber 10 VR freigeschaltet. Wie hoch! Blink. Stage 2. Keine Sorge, ich will euch nicht lange spielen. Keine Sorge. Weil ich habe noch anderes Spiel, was ich noch spielen will. Altes Eisen. Was ihr vielleicht... Wer kennt von euch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir spielen Mrs. Beckman. Droh, Viech. Ich muss hier hinten noch mal gehen. Guck her, kommt hier. Punkte machen. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Ja. Oh Mann, warum das jetzt gerade wieder für andere Farbe? Das finde ich doof. Ich muss noch mal rein. Ich muss mich von abholen. Pew, pew, pew. Noch einmal 5G. Hey. 15G freigeschaltet. Yes. Hallo, willkommen. Vier Leute. Guck mal, Pacman, Mrs. Beckman zu. Na toll, super, freue ich mich. Ich bin aus Schwarz-Verfang gerade einfach nur. Nicht wundern. Ich bin doch Kolden-Axt. So, Kolden-Axt. Hallelu, nur die müssen es weg. Mensch, schau zu. Wie ich diese Gleisterer fresse. Weil ich sie so mag. Kommt hier, ihr Geistlein. Ach. Mann. Das ist ein bisschen schwierig bei dem alten Spiel. Da ist ein Herz. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh. 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 Oh. Toll. Eingesperrt. Nein, so heiße ich nicht. Hier hast du geblieben von 1976. 76 lalala 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 schon wieder dort aber es ist backman hallo willkommen zu müssen backman 76 1 40 sollte ich um um erke nachkommt ich will geister aber wenn zum festen lalala 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 Lalalalalalalalalalalalalala Ja hab ich ja gesagt 76 hab ich gesagt Hahaha ich bin groß geschrieben Großes B Großes Bäh Lalalalalalalalalalalala Kriegt mich nicht Ihr kriegt mich nicht Ihr seid alle viel zu doof Ne Mrs. Peckman Die Schleife? Der Schleife? Der Schleife am Kopf Das ist Mrs. Peckman Also echt mal Ich seh nix Weg da Das macht man aber nicht Mach ich auch nicht bei dir Ja Twitch TV Richtig weiß das hier Mrs. Peckman nicht Miss Piggy Das ist Mrs. Peckman Das ist Mrs. Peckman Einmal mach ich das nur noch Ich hab heute Spaß beim Spiel Gleich mach ich goldene Achse Ja Hihihihi Weil du nicht angewendet bist Deswegen Ja klar bin ich angewendet Ich spiele Mano Hab dich Nein hast du nicht Hab dich Hab dich Ich 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 hab dich Hallo Lion Hallo 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 So jetzt. Ja, ich bin jetzt Mrs. Big Man. Das ist Mrs. Big Man. Das ist böse. Ja, du kannst Follow machen. Da steht Follow und folgen. Nee. Wispern ist Flüstern. Folgen. Das ist dann eine Freundschaftsanfrage. Ja. Das ist Pac-Man. Das ist ein Klassiker. Ein Retro-Klassiker. Genau wie Pac-Man. Warum krieg ich meine Kirche nischt? Ich bin für Unpack Mrs. Pac-Man spielen. Ich hab heute Spaß einfach dran. Fast das Spiel, was keiner mag. Ich schaffe es, ich schaffe es. Ja, Chaka. Chaka, du schaffst es. Ja. Level 2. Nee, Level 2. Doch. Ach ja, du komische Frucht. Oh Mann, man muss doch jetzt Nova-Roter-Geist sein. Mann, oh. Ähm, 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 da hoch. Flott, 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 flott. Ich kann grad nicht lesen. Ich bin voll auf das Spiel konzentriert. Das ist das Schwer-Spiel. Deswegen. Ich bin voll konzentriert auf das Spiel. Ja. Chaka. Äh, 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 komm her. Ich hab' geistert. Oh Mann, doofe Geister. Wieder 5G. Juhu, ich hab' Kirsche gesammelt. Bin ich gut. Nee, es ist, äh, Schwert ist, äh, hier, äh, 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 Moderator, genau. Der, äh, 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 Schwertbräter, was? Was, was, was? Nur, mein Ernst, ey, äh, 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 richtig so. Bäh. Weil ich euch mal ärgere, ich geh jetzt raus machen, anderes Spiel. So. Wo ihr da zugucken müsst. Haha. Mach ich jetzt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020